Einen schönen guten Morgen! Der erste Teil ist schon gemacht. Ein bisschen aus Freienkreis. Der nächste Teil ist eine meine Tüche. Nächste Teil ist eine meine Tüche. Die liebe Petra hat die Geputze auch schon gemacht. Hier auf dieser Seite. Die Geputze ist natürlich eine Tüche. Und man geht an den Tüchen. Und sie muss sich so viel gut ziehen. Das ist mir gut. Und die Tüchter. Von Bänder, Borden und Knöpfen. Es ist das Regal aus Niederland. Kann ich fehlen natürlich den Diplom von Architektik. Und das ist meine kleine Tempel. Und schon es war ja sehr sinnvoll dabei. Habe ich die Aussagen mit dem italienischen Meister. Meine Nähmaschine und meine Lieblingsmische. Wo alle meine Faden und Faden und mehr Faden. Meine Diplomien als Fashion Designer. Und Faden und Faden und Faden. In der Mitte vom Raum. Natürlich steht die Nähmaschine. Wenn ich das nähe bock. Und alle Gläser. Jeder Stoff ist rausgebracht. Und alle Geputzen und alle Sorgen. Ich kann natürlich nicht stellen. Ein Bücherregal. Äh. Ich meine, das ist ein Becker eigentlich. Alles gut. Dann am Ende des Tages. Jetzt habt ihr ja schon viele Sachen gesehen. Die ich geguckt habe. Die Sachen, die ich hier.